Moin Moin, ich bin wieder der Knut und heute gehts wieder aufs Wasser. Ich bin heute unterwegs über den Altein, weil es so hoch wasser. Hab gutes Wetter und bin guter Dinger. Leider muss ich bei der Rücktour feststellen, dass ich vom Glitter eingeholt werde. Und die ganze Rücktour wird dann zur Rennfahrt. Also alles weitere dann nach dem Intro. So, kann man wieder gehen? Hm? 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 Sag das, sag das? Achiorment. Der Blatt! Ja. Ich Komm schon mit dir in der Hand. So, geht man, komm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das muss ein bisschen warm sein. Für ihn lässt das. Für ihn ist das. Ah, hier sind wir nach draußen, hier ist es drin. Ich hoffe, ich habe doch noch einen von draußen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020